Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 31. Spieltag steht an, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Franken-Derby steht an, Baden-Württemberg-Derby, also Karlsruhe gegen Stuttgart steht an, Baden gegen Schwaben. Auch da dürfen wir drauf gespannt sein, bleibt schön fair in den Kommentaren. Ansonsten schaut noch gerne auch bei der Rückschau auf den 30. Spieltag vorbei, oben in der Infokarte verlinkt. Ansonsten viel Spaß jetzt und danke fürs Reinschalten. Am Freitagabend trafen Dynamo Dresden und der HSV aufeinander. Dresden hat gezeigt in zwei Spielen, dass sie noch lange nicht abgestiegen sind. Vier Punkte gegen Fürth und gegen Wiesbaden. Der HSV startete hier gut rein, neunte Spielminute, erste Möglichkeit. Die Rothosen mussten den nächsten Nackenschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. In der 90. plus vier kassierten sie den Ausgleichstreffer gegen Holstein Kiel. Aber heute mussten sie mal vorlegen. Stuttgart spielt erst am Sonntag, Heidenheim ebenfalls erst später am Werk. Der HSV machte das aber gut, schnürte Dresden tief ein. Tim Leibold aus der zweiten Reihe. Nicht unplatziert, aber zu wenig Druck. Dieser Ball vielleicht wäre sogar am Tor vorbeigegangen. Über eine halbe Stunde gespielt, dann mal ein Freistoß. Aaron Hunt probiert sich da. Auch der nicht verkehrt, aber es wurde nie so wirklich zu 100% gefährlich. Dresden konnte nach vorne aber wirklich wenig aufs Feld bringen. Wie schon im ersten Durchgang gegen Fürth war das von der SGD nach vorne zu wenig. Und der HSV machte im zweiten Durchgang einfach weiter. Kin Zombie zu Joel Poyanpalo. Der wahrscheinlich beste Spieler gerade beim HSV. Und dann und dann. Der nächste Abschluss. Vielleicht war da sogar ein bisschen Hand dabei. Die Aufregung blieb aber relativ klein. Hätte man aber vielleicht auch über 11 Meter sprechen können. Schiedsrichter Glück hat der HSV nicht unbedingt in den letzten Wochen. Jetzt plötzlich mal durch eine Zufallaktion die Riesenchance für Dynamo. Nikolaou schlägt drauf, aber verzieht das Runde Leder. Dann noch etwas links am Tor vorbei. Langsam springen wir in die Schlussphase. Ein weiteres Unentschieden kann sich der HSV eigentlich nicht erlauben. Und man merkte es. Sie feuerten jetzt aus allen Lagen, aber ein Stück weit Verzweiflung war schon mit dabei in diesen Situationen. Wir springen in die 90. Spielminute. Poyanpalo am Ball. Dann dieser geniale Pass zu Adrian Fein. Spitzer Winkel, aber der Ball fällt über die Linie. 90. Spielminute. Der HSV mit dem Lucky Punch. Treibt den Dresdner an die Tränen in die Augen. Und die Konkurrenz um den HSV wird sich Sorgen machen. Denn die Hamburger sind wieder da. Gewinn mit 1 zu 0. Absolut verdient. Aber späteben gegen Dresden. Dem SV Sandhausen plagen im Prinzip nur noch ein paar Restzweifel in der Theorie. Was den Klassenerhalt angeht, gegen Arminia Bielefeld wollte man letztendlich alles klar machen. Doch die Arminia hatte nach dem 1 zu 1 gegen Nürnberg auch wieder etwas gut zu machen. Man hat Glück, dass die Konkurrenz immer wieder patzt. Deswegen ist man weiterhin unangefochten Tabellenerster. Aber der SV Sandhausen wollte hier nicht ohne jegliche Gegenwehr agieren. Arminia Bielefeld nach einer Viertelstunde dann das erste Mal. Nauber und Linsmeier kriegen die Situation nicht richtig in den Griff. Jonathan Klaus mit dem Versuch aus knapp 16 Metern mit dem linken Fuß. Aber rechts am Tor vorbei. Noch knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Der SV Sandhausen weiterhin mindestens auf Augenhöhe. Taffa Zofa. Schöner Pass zu Lea Pakarada. Und der linke Mittelfeldmann mit dem 1 zu 0 für den SV Sandhausen. Bielefeld jetzt im zweiten Durchgang gefordert unter Druck. Sebiou Suku. Die Flanke etwas zu weit geraten. Fabian Klos versucht noch das Beste draus zu machen. Bekommt ihn aber nicht mehr richtig rumgezogen. Situation wäre aber auch aufgrund von Abseits zurückgenommen worden. Die letzte nennenswerte Aktion der Partie. Bielefeld nochmal mit einem Freistoß. Florian Hartherz. Aber zu wenig. Arminia Bielefeld schaffte es nicht mehr hier zurück zu kommen. Und muss sich tatsächlich dem SV Sandhausen mit 1 zu 0 geschlagen geben. Der SVS ist damit sicher gerettet. Das Franken-Derby im Max-Morlock-Stadion. Immer eine besondere Sache ohne Zuschauer. Ein anderer Schnack. Aber für den 1. FC Nürnberg geht es um nichts anderes als den Klassenerhalt. Und so spielten sie hier von Beginn. Fabian Schleusner gut geschickt. Und der eiskalt. Die Klubareyer Form verbessert. Das 1 zu 1 gegen den Tabellenführer aus Bielefeld war durchaus mal ein Ausrufezeichen. Greuther Fürth holte sich unter der Woche noch ein 1 zu 1 gegen Dresden ab. Für die geht es wohl um nichts mehr. Und hier spielten sie dann befreit auf. Keita Ruel mit dem Ausgleich. Aber die Fahne ging hoch. Der Jubel hielt zwar eine Weile an, aber die Fahne ging dann völlig zu Recht hoch. Der Treffer fand keine Anerkennung. Und vor dem Seitenwechsel gab es die Möglichkeit noch einen draufzusetzen. Erras und Behrens hier im Zusammenspiel. Ischak. Nicht verkehrt. Das 2 zu 0 auf dem Fuß hier gegen Burchardt. Diesmal kann er aber etwas gegen den Schuss ausrichten. Und klärt zum Eckstoß. Im 2. Durchgang wurde dann einiges über Standards geregelt. Nürnberg mauerte sich hinten nicht nur ein, aber ging deutlich mehr auf Vorsicht. Sodass solche Möglichkeiten schon das Highlight oftmals hier darstellen sollte. Gefährliche Freistoßsituation für die Spielvereinigung. 74. Spielminute. Maximilian Wittek legt sich den Ball zurecht. Und das ist für Martenia eine unangenehme Sache. 18 Meter Torentfernung. Wittek gegen den 1. FC Nürnberg. Und er lässt die Nürnberger erstmal verstummen. Ein Freistoß, wie man ihn besser kaum treten kann. Keine Chance für Martenia. Und so steht es 1 zu 1. Nürnberg wollte aber den Sieg. Und er war möglich. Ischak nochmal raus zu Handwerker. Philipp Heise. Er rast. Und der Abschluss von Hak. Knapp über die Latte. Sie glaubten dran, trotz des Rückschlags hier nochmal zurückzukommen. Nochmal in Führung zu gehen. Aber es fehlte momentan noch das Spielglück. Wir springen in die absolute Schlussphase. Seguin. Genialer Pass zu Branimir Hrgota. Und der Treffer zählte. Erste Minute der Nachspielzeit. Kein Abseits. Genau im richtigen Moment gestartet. Und Greuther Fürth dreht das Spiel. Das ist nicht verdient. Nürnberg war die bessere Mannschaft. Aber das dürfte der Spielvereinigung ganz egal sein. Nürnberg verliert mit 1 zu 2. Höchst unglücklich hier im Derby. Gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Der 1. FC Heidenheim hätte sich wieder richtig gut in Position spielen können. Aber sie verloren gegen Hannover 96. Nun war der SSV Jan Regensburg zu Gast. Und die sind durch das 3 zu 0 gegen Darmstadt so gut wie gerettet. Konnten dann hier mit breiter Brust auftreten. Okoroji mit dem Abschluss. Der trifft aber nur das Aluminium. Es war eine richtig gute Partie. Man merkte beiden Mannschaften die Spielfreude an. Aber für Heidenheim geht es ja theoretisch noch zumindest um Platz 3. Leipatz auf Kleindienst. Der nicht im Abseits. Tim Kleindienst macht selber. 41. Spielminute. Regensburg tendenziell sogar die bessere Mannschaft. Jetzt müssen sie hinten den Rückstand hinnehmen. Noch nicht ganz Pause. Regensburg noch einmal. Koraja mit der Flanke. Benedikt Sala mit dem 1 zu 1. 45. Minute. Absolut verdient. Das Tor hier für den SSV Jan. Vom Innenpfosten springt der Ball dann über die Linie. Kevin Müller streckt sich vergebens. Der zweite Durchgang dann spielerisch nicht mehr ganz so ansehnlich. Ein weiter Ball aus der Verteidigung findet vorne Tim Kleindienst. Der wartet bis die Mitspieler aufrücken. Stefan Schimmer. Torschütze gegen Hannover. Diesmal Vorbereiter Konstantin Kerschbaumer mit dem 2 zu 1. 74. Spielminute. Ging in Ordnung, weil der SSV Jan mittlerweile viel zu wenig riskierte. Nachspielzeit. Leipatz mit der Flanke. Hier und Tim Kleindienst setzt noch einen drauf. 92. Spielminute. Das 3 zu 1 für den 1. FC Heidenheim. Und zumindest machen sie ihre Hausaufgaben, um an Platz 3 dran zu bleiben. Jetzt heißt es, hoffen auf Patzer der Konkurrenz. Für den SSV Jan Regensburg ist es ärgerlich, aber sicherlich zu verkraften. Holstein Kiel sicherte sich einen ganz späten und sehr wichtigen Punkt gegen den HSV. Jetzt ist am Klassenerhalt vermutlich kaum noch etwas zu rütteln. Gegen Wiesbaden wollte man die letzten Zweifel auch verstummen lassen. Aber die erste Hälfte war hier wirklich nicht mit Vergnügungssteuer auszuschreiben. Der SVW in Wiesbaden musste jetzt aber mal langsam kommen nach der Niederlage zuletzt gegen Dresden. Aber die Abschlüsse hier waren sehr, sehr harmlos. Vor dem Pausenfiff wurden sie aber etwas besser. Und Holstein Kiel fand hier einfach nicht rein im Holsteinstadion. Schato raus auf Stefan Aigner. Der legt auf für Manuel Schäffler. 43. Minute an seiner alten Wirkungsstätte. Nickt der Mittelstürmer ein. Für wen Wiesbaden extrem wichtig für die Gäste. Im zweiten Durchgang Kiel aber wie ausgewechselt. Jae Sung Lee. Der Ausgleich in der 55. Minute. Sehr wenig investiert bis dahin. Aber dann drehten sie eben auf. Und Wiesbaden kam mit dieser spielerischen Qualität nicht mehr wirklich zurecht in der Defensive. Jae Sung Lee. Pfostenschuss. Sie kriegen es nicht geklärt. Meffert bleibt dran und dreht das Spiel. 68. Minute. Kuhn grätscht einfach zwischen rein. Aber klärt den Ball nicht. Bekam Wiesbaden zumindest den Ausgleich. Paterson Schato nochmal. Schöner Pass und Schäffler mit dem vermeintlichen 2 zu 2. Die Fahne geht hoch. Und das war die richtige Entscheidung. Es blieb beim 2 zu 1. Kiel gewinnt mit 2 zu 1. Weil sie sich eben gut steigern. Wiesbaden nimmt den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf hin. Das war ein extrem wichtiger Punkt für den VfL Osnabrück in Stuttgart. Da unten im Abstiegskampf kann jeder eben Gold wert sein. Der VfL Bochum hat sich durch das 3 zu 0 gegen den FC St. Pauli durch das 2 zu 0. Pardon. Sicherlich vorzeitig gerettet. Aber auch da möchte man rechnerisch aus eigener Kraft lieber alles selbstständig klar machen. Der VfL Bochum hier mit der ersten Möglichkeit. Aber der VfL Osnabrück setzte über Gegenangriffe Nadelstiche. Haider läuft alleine auf das Tor zu und bleibt vor Manuel Riemann eiskalt. 38. Spielminute. Das 1 zu 0 für den VfL Osnabrück. Das Offensivspiel von den Gastgebern auch durch die Rückkehr von Alvarez durchaus befruchtet. Robert Juhl dann aber im zweiten Durchgang mit einem Ausrufezeichen. 58. Spielminute gegen St. Pauli per Elfmeter erfolgreich. Hier macht er einen schönen Übersteiger. Und per Einzelaktion regelt er das Ganze dann. 20 Minuten noch in etwa zu spielen. Der VfL Osnabrück wollte den Sieg. Alvarez zu Haider Doppelpack. 72. Spielminute. Sind das die Big Points. Im Abstiegskampf. Dem VfL Bochum lief die Zeit davon. Zumindest einen Punkt wollte man mitnehmen. Flanke. Aber etwas zu weit geraten. In der 83. Wir springen in die Nachspielzeit. Der VfL drückte nochmal. Eisfeld. Lozia. Mit der Hacke zu Thomas Eisfeld. Und er macht das 2 zu 2. 91. Spielminute. Doch noch der Ausgleich in dieser Partie. Unter dem Strich das verdiente Resultat. Doch ärgerlich für den VfL Osnabrück. Dadurch, dass das 2 zu 2 erst so spät fiel. Der FC St. Pauli bekommt allgemein ziemlich wenig in dieser Saison. Auf das Feld. Nun auch noch der Angstgegner aus dem Erzgebirge zu Gast am Billantor. Aber die Braun-Weißen hatten hier die bessere Anfangsphase. 13. Minute Abschluss durch Marvin Knoll. Der durfte gegen den VfL Bochum am letzten Freitag gar nicht ran. Jetzt testet er hier in der Frühphase der Partie Martin Mendel. Doch die Erzgebirgler hatten hier keinesfalls Lust sich zu ergeben. Sie möchten ihre Serie gegen den FC St. Pauli halten. Und so hatten sie dann hier in der 26. Minute die überragende Möglichkeit. Die Fahne des Assistenten war oben. Aber das hätte wohl durch die kalibrierte Linie, wenn der Ball den Weg ins Tor gefunden hätte, nochmal kontrolliert werden müssen. Zweiter Durchgang. Aue mittlerweile spielbestimmend. Jan Hochscheid-Krüger mit der Hacke zu Dimitri Nazarov. 59. Minute. Das 1 zu 0 für die Gäste. Und die schwarze Serie des FC St. Pauli gegen Aue. Scheint anzuhalten. Sie waren um eine Postwende Antwort bemüht. Fährmann von Sobotta bedient. Der Niederländer aber momentan auch nicht in der besten Phase der Saison. Fett zieht den Ball hier doch recht knapp. Aber Aue machte das gut. Verlagerte das Spiel auch immer wieder in die Hälfte des FC St. Pauli. Nazarov noch einmal die Möglichkeit. Doch Robin Himmelmann hält den Ball von Krüger. Er war der goldene Torschütze am letzten Sonntag gegen den KSC. Hier nochmal eine schöne Parade von Himmelmann. Aber es sollte nichts mehr machen. Der FC St. Pauli verliert mit 0 zu 1. Durchaus verdient. Man hat zu wenig nach vorne getan. Und ist jetzt weiterhin ganz tief drin im Abstiegskampf. Durch die 3 zu 0 Pleite in Regensburg ist der SH Darmstadt wohl komplett aus dem Aufstiegsrennen raus. Für Hannover 96 heißt es nochmal ein paar Plätze für die Fernsehgelder klettern. Und hier hatten sie von Beginn an das Zepter in der Hand. Achte Spielminute. Super Möglichkeit für die Niedersachsen. Die nach der Corona-Pause richtig gut drauf sind. Und der SV Darmstadt In der Rückrunde eigentlich gut drauf. Momentan etwas auf dem absteigenden Ast. 35. Minute und plötzlich lag der Ball im Tor. Manu feiert sich. Bringt auch die Hereingabe. Und es ist kein Treffer von Serdar Dursun. Sondern ein Eigentor von Hübers. Der den Ball unglücklich über die eigene Linie pickt. 40. Minute. Hannover 96. Aber nochmal vor dem Seitenwechsel. Mit der Chance zum Ausgleich. Und Marvin Dux löst dieses Ticket. Ist herausragend drauf. Seit einigen Wochen. Hier bestätigt er seine gute Form. Und Hannover wollte das Spiel ja zu den eigenen Gunsten entscheiden. Haraguchi scheitert aber an Marcel Schuhen. Schuhen, der auch nicht ganz unumstritten ist. sah beim Spiel gegen Regensburg äußerst unglücklich aus. Lässt sich aber natürlich auf die ganze Mannschaft der Lilien übertragen. Hier gegen Hannover waren die Darmstädter trotzdem weiterhin extrem unterliegen. Und das 2 zu 1 lag in der Luft. Haraguchi. Aber diesmal kann sich Schuhen auszeichnen. Etwas Glück ist auch dabei. Aber er ist im gefährdeten Eck. Und holt den Ball raus. Hält damit das 1 zu 1 fest. Damit können die Darmstädter wohl besser leben. Für Hannover 96 wäre am Ende des Tages auf jeden Fall deutlich mehr drin gewesen. Das Derby Karlsruhe gegen Stuttgart immer sowieso von Rivalität geprägt. Aber was jetzt für beide Mannschaften noch auf dem Spiel steht, bringt hier eine zusätzliche Würze. Der KSC will den Tabellenplatz 16 verlassen. Und der VfB Stuttgart will unbedingt direkt aufsteigen. Hier eine Riesenmöglichkeit. Doppelt die Chance in Führung zu gehen. Es wäre kein Abseits gewesen. Mola unten hebt es auf. Aber doppelte Monsterparade von Gregor Kobel. Stuttgart brauchte eine Zeit, um sich hier reinzufinden. Das 0 zu 0 gegen Osnabrück war ein Tiefschlag für die Schwaben. Halbe Stunde jetzt gespielt. Endo macht es nochmal scharf. Klement weitergeleitet. Der Ball auf Gomez. Heute in der Startaufstellung durfte er mal ran. Und er schlägt zu. Wird da gut freigespielt von Mangala. Und dann behält er die Nerven. Der VfB Stuttgart von dieser Führung jetzt getragen. Wataru Endo. Wunderbare Einzelaktion. Und das 2 zu 0. 40. Minute. Auch sehr passiv. Was der KSC dort macht. Aber Endo eben auch mit einer wunderbaren Einzelaktion. Der KSC hat aber die Möglichkeit vor dem Seitenwechsel nochmal ranzukommen. Kopfball von Röser. Aber weit vorbei. Springen wir in den zweiten Durchgang. Der VfB Stuttgart. Hatte mittlerweile richtig das spielerische Element hier gefunden. Und Mangala macht hier in der 52. Minute möglicherweise schon den Deckel drauf. stark abgeschlossen. Nicht zu halten für Ophoff. Halbe Stunde Zeit für drei Tore. Auch der Tabellensituation geschuldet. War das hier wirklich aussichtslos. 63. Lorenz nochmal mit dem Abschluss. Man konnte dem KSC die Power nach vorne nicht absprechen. Aber es war nicht zielstrebig genug. Stattdessen nochmal die Möglichkeit. Gomez mit dem 4 zu 0 auf den Schlappen. Aber dann etwas zu harmlos. Dieser Schuss aus 17, 18 Metern. Es endet mit 0 zu 3. Bei dem VfB hilft es viel im Kampf um den Aufstieg. Und für den KSC könnte es jetzt sogar nochmal richtig bitter werden. Platz 17 ist ihnen auf den Fersen. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und Adios. Ja, das war es dann auch wieder mit dem Kraft. ます.